Ey yo, hier ist Ali Safari mit einem Special für Hottes Kummerkasten auf Radio Flora in Hannover. Checkt das ab! Menschen verfolgt, gequält und verjagt, gedenkt dem Unrecht und kämpft jeden Tag. Nur wir zusammen können uns retten, nie wieder Krieg, nie wieder Ketten. Menschen verfolgt, gequält und verjagt, gedenkt dem Unrecht und kämpft jeden Tag. Nur wir zusammen können uns retten, nie wieder Krieg, nie wieder Ketten. Geschichte vergessen, nicht meine Realität, die Folgen des Krieges tun noch immer weh. In manchen Städten wird es totgeschwiegen, dort wo die Kinder heut auf Wiesen spielen. Da wo im Sommer die Blumen sprießen, dutzende Opfer in den Gräbern liegen. Das alles vergessen, so tun als war nichts, ich will euch erinnern, es ist meine Pflicht. Menschen verfolgt, gequält und verjagt, gedenkt dem Unrecht und kämpft jeden Tag. Nur wir zusammen können uns retten, nie wieder Krieg, nie wieder Ketten. Menschen verfolgt, gequält und verjagt, gedenkt dem Unrecht und kämpft jeden Tag. Nur wir zusammen können uns retten, nie wieder Krieg, nie wieder Ketten. Ein Recht für alle und gerade für jene, die mit den Folgen eines Krieges leben. Wir müssen für sie sorgen, wir müssen sie pflegen, denn nur in Gemeinschaft halt ein Seelenwesen. Rufe euch alle, egal welche Szene, öffnet die Herzen und lasst uns erzählen, wie es einst war und was wir so fühlen, nie wieder darf ein Weg in den Krieg führen. Menschen verfolgt, gequält und verjagt, gedenkt dem Unrecht und kämpft jeden Tag. Nur wir zusammen können uns retten, nie wieder Krieg, nie wieder Ketten. Da wo wir jetzt sind, hilft ein Blick zurück, um schnell zu begreifen, Frieden ist Glück. Das Glück zu bewahren, das sind die Aufgaben, die uns die Opfer des Krieges auftragen. Menschen verfolgt, gequält und verjagt, gedenkt dem Unrecht und kämpft jeden Tag. Nur wir zusammen können uns retten, nie wieder Krieg, nie wieder Ketten. Menschen verfolgt, gequält und verjagt, gedenkt dem Unrecht und kämpft jeden Tag. Nur wir zusammen können uns retten, nie wieder Krieg, nie wieder Ketten. Menschen verfolgt, gequält und verjagt, gedenkt dem Unrecht und kämpft jeden Tag. Nur wir zusammen können uns retten, nie wieder Krieg, nie wieder Ketten. und verschwunden, wir können uns retten, geden Courten, ein kleines Rusia. Vielen Dank.